Was vom Kunden im Konfigurator am häufigsten gestaltet wird, das ist der Bestseller. Überformat A5, Lederfarbe Dunkelbraun. Samtiges Leder mit leicht geschliffener Oberfläche. Innen reiner Wollfilz. Das Verschlussband wahlweise in Rot oder Schwarz. Nach vielen Jahren sollte es nicht mehr stramm sein, wechseln wir es aus. Diese Erneuerung Verschlussband ist ein Artikel im Webshop. Die Taschen bieten Platz für Visitenkarten, Smartphone oder iPad und Co. Der Bestseller hat drei Doppelklammern. Etwa für Notizbuch, Klarsichthüllen oder den Lehrerkalender. Die Klammern sind auch Lesezeichen, wenn man sie in die aktuelle Doppelseite legt. Alle Artikel werden zu 100% in Deutschland gefertigt. Bestellt euch gerne kostenlose Material und Farbmuster. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Mail. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr weitere Videos. Alle Taschenbegleiter können mit einer Gravur personalisiert werden.